Hallo, liebe Deutschlernende! Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Das ist hier unser Weihnachtsbaum in der WG, in der Wohngemeinschaft. Und ja, ich wünsche dir frohe Weihnachten und auch vielen Dank an all die, die mir frohe Weihnachten gewünscht haben. Ja, es sind echt schöne Tage. Und ich freue mich auch, dass so viele von euch jetzt schon der Akademie beigetreten sind. Leute wahrscheinlich, die sich jetzt schon gute Vorsätze fürs neue Jahr gemacht haben. Also ein guter Vorsatz für mich ist, dass ich jetzt mehr Italienisch lernen werde, dass ich jetzt mehr Zeit investieren werde, um Italienisch zu lernen. Und vielleicht möchtest du auch einen guten Vorsatz machen und mehr Deutsch lernen. Und ich freue mich total auf nächstes Jahr, weil nächstes Jahr sehr viel passieren wird bei Authentic German Learning. Also ich bin auch total froh, dass jetzt die Akademie, wie gesagt, immer größer wird und immer mehr Leute mitmachen. Und wir haben echt tolle Ressourcen da und ich kann es kaum erwarten, euch ganz viel Deutsch beizubringen in der Akademie. Ja, und ja, was gibt's noch? Ja, also sehr viele Sachen werden kommen im nächsten Jahr. Es wird wahrscheinlich auch einen Podcast geben. Also bleibt gespannt und ja, bis später. Frohe Weihnachten! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR